Und gleich ein Anschluss für mich. Herzlich Willkommen zurück zu Tessickler 2, der Skorpion. Die Karte der Skorpion. Wir sind immer noch dabei, hier auf Rot einverdicht zu machen. Hier liegen gerade die ganzen Leichen rum, was ich schon erzählte. Vor Angriff auf Rot. Und danach. Niemals geht. Jetzt ist es noch Rot fällig. Oh nein! Jetzt ist ja zum Anschluss, dass wir ein bisschen mit uns wegrennen. Und ja, das ist so. Und der Berg. Also der Berg. Das ist nicht mehr so wild, wie wird das sein für eigentlich? Das ist nicht gut. Ja, ich hatte schon erwähnt. Ich wohne in der Nähe des Krankenhauses. Sieht dafür aus, ihr habt gerade die Krankenwagen gehört. Wie gesagt, ich finde es nicht dramatisch. Und das war ja. Wenn man selber nicht gebraucht, möchte man ja auch. Das ist eigentlich relativ viel geholfen worden. Und deswegen bin ich auch voll pro Rettungslose. Und auch frohe Sirene und frohe Martinslose. Und die Rettungslose. So. Wir gehen hier mit aller Kraft auf die Nähe. Auf Rot. Ist mir hier eigentlich gut. Hier ist das Karpult. Und jetzt mal das in der Nähe des Karpults angegriffen. Ja. Hier auch. Und Pan-Karp. Und hier auch. Und überall. Und wieso überhaupt nicht? Und Hut? Ach nein! Okay, also jetzt wird die Symbol wahrscheinlich auch leer abgebaut. Das hier auch. Okay. Vor allem mit unserer Goldproduktion nicht mehr versehen lassen. Weil wir haben nichts mehr, wo wir Gold hätten. Wir sind hier aber krank Gold. Abweißen. Oh, der Katapult. Kein Katapult mehr, das wird sicher. Wie heißt? Ist zu weit weg. Riesel. Sicher, sicher. Auch das. UndER. UndER... Das ist doch schön. Und das ist unser Wasser. Ja, es wird vergelagert mit Wasser und mit Nutz. Wie viel Wasser haben wir denn hier? Wir haben 1.600 Wasser im Lager, 1.400 Holz im Lager, auf Bretter und 151 Goldsoldaten. Ja, ich weiß, es gibt jede bla bla bla. Ich hätte ja schonmal gesagt, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht mehr gut hier. Das sind Goldsoldaten, Silbersoldaten, Bronzesoldaten, Verbesserte Soldaten und Soldaten. Wie einfacher. Und ihr wisst, was ich mal in der Welt sah. Oh, hihihi. Was gab's heute? Was ich noch? Was ich noch? Genau, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Und das scheint. Zack. Dann müsste ich auch déstater Brot an. Ach schade, dass ich mich gerne ziel in den Bergmarkt. Der Fisch könnte ich so gut gebrauchen hier. Um ganz einfach dann für uns Bergwerke zu versorgen. Hier, wo doch? Das weiß ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass du hier das Katapult da kaputtmachst. Der wird unser nächster. Zunächst ist es auch da sein. Keines Gewalt? Ja, das war das. Nee, das war das. Okay. Okay. Ich gehe davon aus, dass es auch... Ich will hier gerne mal gefangen sitzen, aber der hier oben was wird. Das ist so ein bisschen weiter im Berg drin. Mann! Keines Gebäude. Ich behalte aber jetzt alles hier. Jetzt kommt noch einer drauf. Und hier wird jetzt mal... Ja, hier. Ich bin froh. 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 Wir haben schon wieder eingebaut und angenommen. Aber ich denke, Rot wird es nicht mehr. Hier geht es schon. Irgendeine Fischhütte. Fischhütte. Hier. Fischhütte. Jetzt muss ich gucken. Wegen Katapult, da oben? Das ist schwierig. Sicher, sicher. Da darf Katapulten finden. Das könnte mich verdammt ändern. Was wird gut? Jetzt darf ich die abholen. So. So. So, ich werde den überall jetzt mal hier das wahrscheinlich aufheben. So. 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 Die Stärke macht die Stärke, die in unserer Seite. Katapult... Katapult gibt es keinen Sinn mehr. Du musst dann glauben. Du musst dann dran glauben. Und hier um die Festung, ja. Ist die überhaupt besetzt, die Festung? Oder nichts wirklich hier an diesem kleinen kleinen Ding? Wie gesagt... Die werde ich hier drücken. Verdammt. Du musst ... Insehen. Und da! Und da! Ich bin gelehrt. Ne doch, der ist bis jetzt okay. Ich dachte, der Schnee oben ist nicht besetzt, weil ich die ganze Zeit noch nicht angreifen wollte. Das war einfach bei den Blüten und der Kämpfer sozusagen in der Ehebach. Ach, das wird was heute komisches. Ich treffe jetzt immer ein bisschen. Ja, die ganzen Bäume hier dürfen jetzt stehen bleiben. Und so. Ach genau, wir haben hier Gold gefunden. Hier. Gold. 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 Gold dich selber jetzt gleich. Gold. 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 So, ja, du, da, schaust du das... Nicht drüber nachdenken. Elbrin, dass man da rein muss, dann nicht mehr... Ist egal, ich bin nicht... Boah, hier oben auch gleich. So, ich werde dich großartig wahrscheinlich nichts mehr machen, was... Produktionstechnisch angeht, die verschneuert wird. Hm, noch mal hier. Okay, das heißt, hier werde ich immer... ... die Leerbnische, dass hier was wird. Das und das und das. Hm, so, das müsst ihr aber heißen. Gebäude hat ja weiß, eine Leerbnische, die Leerbnische und Gold... ... äh, ja, der hat aber noch das meiste Gold. Ähm, Brot hat keine Produktivität mehr. Und das heißt, Brot ist eigentlich, ähm, nicht mehr vorhanden. Es wird hier das letzte... ... sein, was Brot überhaupt noch besitzt. Und ach, das werden wir jetzt nehmen. Das werden wir eben nehmen. Hm, ich weiß nur, wo es einsteht. Wie es mittelt und wie es immer war. Wenn ich angreife... ... Defensive Verteidigung. ... schwache Verteidigung. ... schwache Verteidigung. ... mehrere Proben. Statt, vielleicht muss ich uns geben... ... die schwache Verteidigung. Das heißt, dass viele Sachen ja dann hier... ... genau, macht der schwache Verteidigung. ... so dachte ich mir das. ... so. ... wo noch das geht? ... da. ... hier. ... ... ... Ja, hier drin ist jetzt auch alles eigentlich... ... fertig abgebaut. Warum? Es ist immer gar nicht... Ich stehe da gar nicht so lange. ... ... ... ... So, das ist immer mehr das mal hier drüber. Eine Fischerhütte. Ja. Genau, Fischerhütte. Und so, das heißt... Volle Kraft gegen Gelb. Na. Oh. Ich weiß nicht. Da sind halt eben. Ein Wachstum. Können wir auch wieder wahrscheinlich zwei Seiten Eingriff machen. Wenn wir von hier reingehen, dann von hier. Das heißt, er wird jetzt mal abgeschnitten. Der Riech. Das ist okay. Oh. Er ist auf der Kugel. Auf der Kugel. Der Kugel. Da ist doch noch nicht bei der Öffnung. Ja, das steht ja auch schon ewig, würde ich mal sagen. Ja, das steht ja auch schon. 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 Und abheißen. Einfach nur, ja die Baten, die Nerven sich gerade sitzen, ist auch zu wenig drin, ne. Und dann halt ordentlich effektiv angreifen zu können. Deswegen werden wir in Anführungszeichen Ruhe, die Wachstunde halten. Oh, was hier? Ja, das steht ja auch schon. Ja, das steht ja auch schon. Ja. Ja, das steht ja auch schon. 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 Also, es läuft. Ja, das steht ja auch schon. Und was ist denn hier? Warum und wieso eigentlich? Hinter bin ich so irgendwie. Dann würde ich nicht wieder nach rechts kommen. Okay, müssen wir jetzt mal wieder gehen. Für Gold waren. Ah! So! So! Ein Crane. Da muss ich nicht alles verkehren. Din, dadurch das Hirnkelwerk da drüben ist... Ja, endlich ist das mal Zeit. Wie viel? Gold. Gold. Was ist das Wasser? Jawohl. Oh, gut. Okay, das heißt, Flanke von dir. Cool. Die sind aber noch gar nicht so alt, oder? Das Gefühl habe ich die erst von der Hand zu bauen. Warum? Warum habe ich erschöpft? Da war auch keiner, der es abhälte, bauen könnte. Yippie! Cool. Wann? Wahrscheinlich das Hut gut kommt, weil wir das hier immer noch haben, wahrscheinlich. Noch nicht. Noch nicht. Aber das sieht jetzt gut aus mit dem vier Gold zu hinterher. Und da kommt noch ein Blutbein. Und Gold. Ja, jetzt eigentlich. Hinten sei einmal angefangen. Wofut, wofut. Gewohnheit. Ich habe ein Stur. Wofut. Wofut, wofut. Wofut. Juchze, ein Stur. Guck, wofut. So, nur die Tiere... Achso, hier drüben, hier stimmt. Stimmt, hier hab ich ja eben gebaut. Ich kann nicht mehr verschieben. Äh, gedacht nicht. Keine weitere Fische, stimmt. Dann bin ich mit dir. Mh, mh. Hier drüben hat ich auch die Leute gekriegt. Keine weitere Fische. Mh, mh. Ich kann nicht mehr weitere Fische stellen. Zeig, zeig. Und die werden angegriffen? Ja, wo war das? Warum? Nicht so. Dann kreisen wir auch ein. Zack. 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 Das ist halt das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ne? Das muss man mehr mal angreifen. Teilen Lagen nach. Ziehen die aber Leute da raus. Aber im Endeffekt haben sie keine mehr. Der dann dort. Da kommt das Holz her. Hier ist auch ein Sägeberg. Aber jetzt tut es langsam. Die ist auch ein Sägeberg. Die ist auch ein Sägeberg. Und jetzt geht das Holz her. Und jetzt geht das Holz her. Ich habe das Holz her. Da kommt das Holz her. Ja, da kommt das Holz her. Dann kommt hier noch ein Lager aus hin. Wenn ich alles schön einladen kann, alles schon geht. Zack. So und Gott, wir bergen sich auch uns. Unser Berg. Tja, nicht was für den Poppitar-Skizze auch irgendwie in den Berg. Ach, ich will jetzt dringend mal komplett alles in den Berg. Ich kenne da immer noch Stücken bei den Auszügen. Ja, der Ringer finde ich schon total geil. Guck ich auch total gerne. Ähm, ja, ich bringe den Ringer hier. So extrem ist es ja noch nicht. Ich bin da wieder in den Berg. Sache, was ich die Filme geguckt habe. Ähm, beim Hobbit kenne ich immer nur Aussteller. Hey, darin war ich auch mal. Ich hab noch damals etwas gekauft. Es sind die drei Bücher in einem zusammengefasst. Aber das ist so, ähm, ja, schwierig gestrichen, sag ich mal. Und auch, ähm, sehr dickes Buch. Ganz kleines Stück, ganz dünne Blätter. Also gefühlt 5.000 Seiten. Ja, natürlich. Hm, dann hab ich immer so ein bisschen Probleme, dann weiterzulesen. Weiterzumachen. Weil, man sieht nicht wirklich in Änderung. Ich mach mal erst einen kleinen Buch. Das ist so ein Lieber. Wie bei Aragorn zum Beispiel, das habe ich auch gelesen. Da bin ich total begeistert, muss ich sagen. Da ist aber auch so im letzten Buch dann. Boah, das hat mir irgendwann nur noch die Nerven gefühlt. Wie bei Aragorn. Oh. Ich hab das. Ich hab das. Dieser Berg ist voll, das ist gut. Was war das? Oh. Okay. Sure. So, ja, dann werden wir hier gucken, dass wir hier eine Festung ziehen können. Dann bauen wir hier eine Festung und die hier so gerne auch mit meiner Augen. Ja, dann bauen wir hier auch hier eine Festung. Und dann im nächsten Part oder, ja, im nächsten Part, beim nächsten Mal hier rum. Und ich werde jetzt wieder eine kleine Pause machen, ich weiß ja nicht, wie lange die kleine Pause sind oder so, ob ich komplett aufhören oder nicht. Bin mir dann ein bisschen unsicher. Aber dann, wenn das fertig gebaut ist, da unten und so weiter und so fort, dann geht es weiter hier mit großem Kramit. Okay, dann speichern wir mal. Einmal speichern, speichern und pausieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!